Handballer Vigo Christiansen kehrt im Sommer vom TVB Stuttgart zum SCDAFK Leipzig zurück. 2019 gehörte er bereits zum Aufgebot für die grün-weißen Messestädter. Dafür verlässt Gregor Remke ebenfalls im Sommer die Mannschaft. Cheftrainer André Haber verriet, was er sich von dem Neuzugang erhofft. Das ist noch Zukunftsmusik, weil da geht es ja erst um den nächsten Sommer. Aber Vigo ist ein Spieler, der uns helfen wird, auf ein nächstes Level zu kommen, der die Position dort stärker machen wird, der in den letzten zwei Jahren eine tolle Entwicklung in der Handball-Bundesliga genommen hat. Und von daher freuen wir uns über den Transfer. Das letzte Spiel des SCDAFK beim Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen endete mit einer 24 zu 31 Niederlage für die Messestädter. Wie es zu diesem Spielausgang kam, erklärte erneut André Haber. Der Startzustand hat gestimmt, aber leider konnten wir das nicht durchziehen. Das ist extrem schade, weil wir die ersten Minuten gezeigt haben, mit wie viel Power wir das Spiel spielen wollten. Ich finde, die Rhein-Neckar Löwen haben sich verbessert präsentiert zu ihren letzten Auftritten. Und uns ist es nicht gelungen, dort ein wirklich gutes Handballspiel zu machen. Wir haben ein paar Bälle zu viel verworfen, wir haben ein paar Bälle zu leicht hergegeben. Das sind Gründe. Und wir haben nicht so verteidigt, wie wir gerne verteidigen wollen. Das muss man einfach so sagen. Linksaußenspieler Marc Esche berichtete, wie die Mannschaft zwei Tage nach dem Spiel die Niederlage verarbeiten konnte. Die Stimmung ist natürlich so, dass wir uns jetzt erstmal die zwei Tage gefragt haben. Und ein bisschen geknickt war natürlich, dass wir rausgeflogen sind aus dem Pokal, gefragt haben, was wir besser machen können. Und jetzt geht der Blick nach vorne. Der nächste Gegner der Handballer des SCDRFK heißt TVB Stuttgart. Dieser konnte sein letztes Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen für sich entscheiden. Aber macht dieser Umstand die Vorbereitungen auf das kommende Spiel besonders? Also die letzten Ergebnisse zählen, wie wir uns im Video vorbereiten auf Stuttgart, wie wir erkennen, was sie gerne machen wollen und was wir dagegen tun. Das ist das Wichtige. Aber ob sie zuletzt gewonnen oder verloren haben, spielt keine Rolle. Auch Marc Esche erzählte vom Training für das Spiel gegen Kontrahent TVB Stuttgart. Wir bereiten uns theoretisch im Video darauf vor, wie sie im Angriff von der Abwehr auf uns zukommen werden. Und dann auch im Training taktisch, wo wir das nachstellen im 6 gegen 6. Und das simulieren und unsere Lösungen dagegen versuchen, so gut wie möglich zu finden und einzuspielen. Die Allianz ist langjähriger Partner des SCDRFK. Daniela Hempel, Standortvertreterin der Allianz für den Standort Leipzig, verriet, wieso die Allianz und der SCDRFK so gut zueinander passen. Also das, was die Allianz mit dem SCDRFK verbindet, ist vor allen Dingen das Thema Jugendförderung, Kinderförderung, um wirklich den Nachwuchs wieder mehr in Bewegung zu bringen, um wirklich Spaß und Freude am Sport zu haben. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, gemeinsam mit dem SCDRFK. Und deshalb haben wir uns da in unserer Partnerschaft eine Menge an Aktionen und Impulsen einfallen lassen, um das Ganze auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und Kinder und Jugendliche vor allen Dingen hier in der Region. Also da wollen wir gemeinsam ansetzen. Um den Nachwuchs für Sport und Handball im Speziellen zu begeistern, findet unter anderem der Allianz Familienspieltag statt. Also zum Familientag am Sonntag haben wir uns einfallen lassen, dass wir sechs Mannschaften, sechs Nachwuchsmannschaften einladen, die am Sonntag in der Halle sein werden zum Spieltag gegen Stuttgart. Und hier war die Idee dahinter gewesen, dass wirklich die Kinder mal live ein Sportevent wieder erleben können, dass sie die Stimmung vor Ort aufsaugen können und eben auch ihre Idole und Vorbilder ganz, ganz live sehen. Am Sonntag wird es wieder ernst, wenn die grün-weißen Handballer in den heimischen Hallen gegen ihren Gegner TVB Stuttgart antreten. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena.